In Zeiten einer pluralistischen Gesellschaft ist es notwendig zu realisieren, dass es mehrere Meinungen gibt. Leider wird in der heutigen pluralistischen Gesellschaft es als tolerant angesehen, sich die Wahrheitsfrage nicht zu stellen und es wird geflissentlich vermieden, etwas als Wahrheit zu definieren. Auch wenn wir wissen, dass 3 plus 3 6 ist und jemand noch so sehr glauben kann, dass 3 plus 3 7 ist, diese Rechnung allerdings falsch sein wird und es auch bleiben wird, da wird dann plötzlich bei Religion etwas ganz anderes gesehen. Auch wenn die Religionen unterschiedlichste Gottesbilder haben, wird immer wieder gesagt, dass ja angeblich letzten Endes jeder das gleiche Gottesbild vertritt, im Grunde sowieso alle nur das gleiche glaubten und somit es vollkommen egal sei, an welchen Gott man glaube. Was man letzten Endes aber sagen muss ist, dass jede Botschaft einzigartig ist und jede Botschaft ganz besonders das Bild vermittelt, das im jeweiligen Kontext steht. Das Christentum sticht dabei besonders heraus, denn es macht die radikale Aussage, dass Gott Mensch wurde, um uns die Hand entgegenzuhalten, um uns also aus dem Sumpf der Sünde und des Todes zu befreien, in der Person konkret geworden des Jesus Christus. Doch wie sollen wir nun umgehen mit Menschen, die dem nicht glauben, die nicht an die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi glauben? Wie sollen wir mit denen umgehen, die trotz unserer Argumentation nicht bereit sind, das Evangelium anzunehmen? Wie sollen wir mit Andersgläubigen umgehen? Wie sollen wir mit Argumenten aufwarten und wie sollten wir reagieren, wenn sie sich nicht überzeugen lassen? Das beste Beispiel sollten wir uns an Jesus Christus selbst nehmen. Wie ist Jesus Christus denn verfahren mit Menschen, die andersgläubig waren und ihm nicht gefolgt sind? Jesus hörte anderen Menschen aufmerksam zu, insbesondere wenn diese eine andere Meinung als er selbst hatten und versuchte einen echten Dialog auf Augenhöhe zu entwickeln. Trotz kultureller Unterschiede oder unterschiedlicher religiöse Überzeugungen zeigte Jesus den Menschen stets Respekt und legte Wert darauf, ihre Würde und ihr Ansehen zu bewahren. Anerkennung von unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen waren hierbei ebenfalls klar. Jesus respektierte die religiösen Überzeugungen und den religiösen kulturellen Hintergrund der Andersgläubigen, mit denen er sprach, und zeigte sich offen für Gespräche und Diskussionen. Außerdem war Jesus eine einladende Person, die andere dazu einlud, ihm zu folgen und seine Lehren zu befolgen. Aber er ist auch ehrlich verfahren und hat letzten Endes die Fehler der Menschen angesprochen und korrigierte, wenn es notwendig war. Aber nicht anmaßend in dem Sinne, als er diese Menschen extrem zur Brust nahm, sondern in einem respektvollen Dialog zeigte er ihnen auf, wie sie letzten Endes ihr Verhalten ändern können, wo sie nachbessern können und er hat ihnen letzten Endes den Weg zum Besseren aufgezeigt. Nun gibt es einige Beispiele. In Johannes 4, 4-42 hat Jesus beispielsweise eine Unterhaltung mit einer samaritanischen Frau, obwohl Juden und Samaritaner zur damaligen Zeit keine Beziehungen miteinander pflegten. Trotz der Vorurteile, die sie gegen ihn als Jude haben musste, zeigte Jesus ihr Respekt und Wohlwollen. Zudem war sie noch eine Frau, die normalerweise nicht von Rabbis unterwiesen werden sollte. Aber Jesus hat gegen all diese Umstände diese Frau eingeladen zu sich. In Lukas 19, 1-10 wird eine besondere Geschichte berichtet. Denn obwohl er als Zöllner verachtet wurde, pflegte Jesus die Tischgemeinschaft mit Zacchaeus. Und das führte letzten Endes dazu, dass sie in einen offenen und ehrlichen Dialog kamen. Zacchaeus bereute seine Sünden und hat sein Leben im Dienst Gottes geführt und begonnen. Insgesamt war Jesu Umgang also mit Andersgläubigen respektvoll, offen und einladend, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf seine Lehren und Überzeugungen zu machen. Das bedeutet für uns umgesetzt in der heutigen Welt, dass wir sehr wohl andere Meinungen akzeptieren und respektieren können, ohne unsere eigenen dafür aufzugeben. Das beste Beispiel ist die Diskussion um die Kruzifixe an öffentlichen Einrichtungen und dem Umgang mit Muslimen in unserer Gesellschaft. Wir dürfen die Muslime ihr eigenes Gebet verrichten lassen. Wir müssen aber nicht unsere christliche Kultur deswegen aufgeben. Wir können Muslimen Zugeständnisse machen. Und wir können ihnen auch erlauben, ihre Religion auszuleben, ohne aber bei uns Kompromisse machen zu müssen und ohne unsere Religion zu verbieten oder uns verbieten zu lassen, unsere Gebete zu verrichten. Was wir aber definitiv machen sollen ist, in einem offenen und ehrlichen Dialog auf Augenhöhe mit Menschen zu diskutieren, sie ernst zu nehmen, ihre Sorgen ernst zu nehmen und sie dann dort, wo sie gerade stehen, abzuholen. Das bedeutet, wir sollten uns auch immer auf den Stand dieser Menschen begeben und vor diesem Stand dann zu missionieren beginnen. Die Menschen mit Argumenten abholen, wie sie sie gerade brauchen und sie ihnen aufbereiten vor dem Hintergrund, was sie brauchen und mit Achtung und Respekt und dem Schauen auf ihren jeweiligen Stand. Der Apostel Paulus hat einiges zu Andersgläubigen gesagt und war für seinen offenen Umgang mit Menschen anderer Religionen und Überzeugungen bekannt. In 1. Korinther 9,19-23 sagt Paulus, dass er für alle Menschen alles geworden sei, um einige zu gewinnen. Er habe sich unter Juden wie ein Jude verhalten und unter Nichtjuden wie einer ohne Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. In anderen Worten ist das genau das, was ich gerade angesprochen habe. Paulus hat sich auf diejenigen Menschen eingestellt und sie dort abgeholt, wo sie abgeholt werden wollten und mussten. Das bedeutet, Paulus hat mit diesen Menschen einen offenen Dialog geführt, hat sie dort abgeholt, wo sie standen, ohne die Person dabei radikal über den Haufen zu schmeißen, sondern ganz im Gegenteil. Er hat diese Menschen respektiert, akzeptiert und geachtet und auch ihren Hintergrund und ihren Glauben, ihre Überzeugungssysteme respektiert. Ohne dabei seinen eigenen Hintergrund, seinen jüdisch-christlichen Hintergrund und ohne dabei seine eigene Meinung zu vernachlässigen. Genauso sollten wir als Christen heutzutage auch verfahren, wenn wir über Jesus Christus sprechen. In Römer 14 geht der Apostel auf das Thema der Freiheit in Christus ein und sagt, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und seine eigene Beziehung zu Gott. Er ermutigt Gläubige, andere nicht zu verurteilen, die anders denken oder handeln als sie selbst, sondern eben mit Achtung ans Werk zu gehen. In Athen, wie es in der Apostelgeschichte 17 erzählt wird, diskutiert Paulus mit griechischen Philosophen und betont, dass er einen bisher unbekannten Gott predigt, den sie ignorieren. Er kommt ihren Glaubensüberzeugungen allerdings entgegen, um ihre Herzen für die Botschaft von Jesus zu öffnen. Insgesamt geht es in Paulus Aussagen zu Andersgläubigen also darum, dass wir uns bemühen sollten, uns auf die Ebene anderer Menschen zu begeben, um sie besser zu verstehen und ihnen das Evangelium nahezubringen. Es geht nicht darum, sie zwanghaft zu missionieren, es geht nicht darum, sie zu verachten, es geht auch nicht darum, ihre Überzeugungen zu beleidigen oder sie persönlich anzugreifen und es geht nicht darum, zu diesen Menschen zu kommen, ja, du bist ja sowieso dumm und blöd und alles Mögliche, sondern es geht darum, ihren Stand zu akzeptieren und zu respektieren und sie dort abzuholen, wo sie abgeholt werden möchten, sodass ein offener und ehrlicher, authentischer Dialog entstehen kann. Nun, was können wir denn sagen, wie ging denn zum Beispiel der Herr und Gott Jesus Christus nun mit Menschen um, die ihn ablehnten? Ja, denn heutzutage ist es ein Problem für viele Menschen, ja, sie werden kritisiert, sie werden abgelehnt und auf taube Ohren stößt das, was sie von sich geben. Ja, und da könnten manche Menschen jetzt sagen, wie zum Beispiel ein Pierre Vogel, der das des Öfteren gemacht hat, ja, dann sich vor die Kamera zu setzen und mit Schlägen zu drohen, mit solchen Aussagen wie, sag es mir ins Gesicht. Ja, und da muss man dann natürlich sagen, das ist natürlich vollkommen falsch und das ist wohl der größte Käse, den man hier überhaupt machen kann, denn genau so geht man nicht zu Werke. Ganz im Gegenteil, wie hat es denn der Herr Jesus gemacht? In Lukas 9, 51 bis 56 wollten einige Samariter Jesus nicht in ihrem Dorf aufnehmen. Ja, die Jünger waren daraufhin empört. Ja, Jesus wird abgelehnt, seine Autorität in Frage gestellt, sein Gastrecht sogar nicht gewürdigt. Und die haben dann gesagt, naja, lasst doch einfach mal Feuer vom Himmel regnen. Die sollen jetzt richtig verbrannt werden, wie damals bei Sodom und Gomorra, ja, weil sie haben es ja nicht anders verdient. Jesus hingegen warnte sich an seine Jünger und sagte, dass der Sohn des Menschen, also er, nicht gekommen sei, um Seelen zu zerstören, sondern um sie zu retten. Ja, wie Jesus sagt, nicht die Kranken brauchen, äh, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ja, das bedeutet, Jesus hat durchaus respektiert und akzeptiert, wenn er auf taube Ohren stieß, aber er hat da deswegen sich nicht klein gemacht. Ja, er hat trotzdem seinen Dienst weiter getan am Menschen und erreicht den Menschen die Hand. Er zieht diese niemals zurück. Ja, ein Mensch, der atheistisch ist, kann sich auch 30 Jahre, nachdem er im Atheismus verhangen ist, immer noch für Jesus entscheiden. Denn seine Türen werden immer offen stehen. In Apostelgeschichte 13, als Paulus Barnabas auf ihre erste Missionsreise begleitet, äh, naja, da predigen sie in der Synagoge von Antiochia. Während ihrer Predigt gibt es nun einige Juden, die sich nicht bekehren lassen wollen und beginnen, äh, Blasphemie gegen Paulus und Barnabas zu sprechen, sie zu beleidigen. Paulus hat das akzeptiert und hat gesagt, okay, die haben sich nicht bekehrt. Was hat er gemacht? Er hat nichts im Schwert gegriffen und eine ganze Armee auflaufen lassen, sondern er ist daraufhin in ein anderes Gebiet gegangen, um persönliche Angriffe, um Angriffe persönlicher Art, aber auch physischer Art zu vermeiden. Ja, solche Übergriffe gab es immer wieder. Paulus ist dem nicht ausgewichen. Er hatte trotzdem Streitgespräche, er hatte Diskussionen, er wurde auch physisch vergewaltigt, er wurde misshandelt, aber da all das hat ihn letzten Endes nicht dazu gebracht, das Evangelium zu verleugnen, im Gegenteil sogar. Aber wenn jemand definitiv gerade nicht dazu bereit oder in der Lage war, dann hat Paulus das akzeptiert und nicht gesagt, ja okay, jetzt müssen wir dem mal so richtig aufs Maul hauen, so war es nicht. In der Apostelgeschichte 19, als Paulus in Ephesus gepredigt hat, haben einige in der Gemeinde ihre Lehren verlassen und begannen ihren eigenen Kult zu gründen. Paulus reagierte darauf, indem er diese Gemeindeveranstaltung verließ und seine eigene Schule gründete, in der er seinen Schülern weiter christliche Lehren vermittelte. Und in 2. Timotheus 4 schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus und klagt ihm sein Leid über Demas, einen seiner Mitarbeiter, der ihn verlassen und sich in die Welt abgewandt hat. Paulus hat diesen Menschen nicht gestalkt oder angegriffen oder beleidigt oder schlecht über ihn geredet. Im Gegenteil, er hat seine Leute, die noch bei ihm waren, dazu aufgerufen, dennoch standhaft. im Evangelium zu sein. Letzten Endes ist es so, dass die Menschen immer wieder, Jesus Christus, die Apostel, immer wieder dazu eingeladen haben, Gottes Hand zu nehmen. Wenn sie gerade nicht dazu bereit waren, wurden sie dazu nicht gezwungen. Aber Jesu Türen stehen immer offen. Und er hat Wunder getan, er hat durch die Apostel, auch durch den Apostel Paulus, Wunder gewirkt, sodass die Menschen erkennen können, dass Jesus Christus der lebendige, der lebendige, wahre Gott ist. Letzten Endes sind sie ihrem Beweis nicht schuldig geblieben, aber sie haben die Menschen dennoch respektiert und sind hier auch nicht so vorgegangen, wie dieser Herr hier. Um den geht es nämlich jetzt. Denn wenn wir einfach mal schauen, was heutzutage über diesen Mohammed alles gesagt wird, dann hört man am häufigsten das Argument, der Mohammed war ja auch ein ganz toleranter Mann, der nur Liebe gepredigt hat. Ja, dann schauen wir doch mal in die früheste Biografie. Der Mohammed hat sich nur verteidigt, denn er wurde angegriffen. Ach, tatsächlich. Schauen wir doch mal, was die früheste Biografie sagt. Die früheste Biografie ist nämlich Ibn Ischak. Und in Seite 88 bis 89 wird eine sehr interessante Geschichte über diesen toleranten Mohammed, in Anführungszeichen, berichtet. Die führenden Männer der Quraysh, den heidnischen Stamm Mohammeds, sind zu Mohammed gekommen und ihr Ziel war es gewesen, einen Kompromiss zu finden, der so aussehen sollte, dass Mohammed ihnen ihren Glauben lässt und sie ihm im Gegenzug den Seinen lassen. Und Mohammed hatte darauf aber keine Lust. Er hat gesagt, sie sollten bekennen, dass Allah der einzig wahre Gott ist und er sein Gesandter sei. Er machte also keinerlei Kompromisse. Diese Menschen hatten dann den Wunsch, in friedlicher Koexistenz zu leben. Also ihnen ihre Religion, Mohammed die Seine. Ja. Hat ihn auch nicht interessiert. Mohammed geht darauf nicht ein. Er hatte sie daraufhin aufgefordert, nur den Gott anzubeten, den er ihnen predigt und das islamische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ja. Mohammeds Stammesgefährten hatten, ja, die Quraysh hatten anfangs zu Beginn überhaupt kein Problem mit Mohammed. Mohammed war zu keinem Zeitpunkt bedroht. Wo sie dann begonnen haben, sich an Mohammed zu stören, war nicht, weil er einen anderen Gott predigt, sondern weil Mohammed begonnen hat, den Glauben der anderen zu beleidigen. Er hat also weder Wunder getan, weil er nicht dazu in der Lage war, steht mehrfach im Koran, noch hat er irgendwelche Argumente für seinen Glauben hervorgebracht. Er hat einfach gesagt, glaubt mir und meiner Botschaft und hat sich dann etwas zusammengereimt. jüdische, christliche, arabische und heidnische Mythen kopiert und alles dann schön vermengt. Naja. Und da muss man dann auch sagen, er hat dann ohne Grund diese Menschen dazu aufgerufen, ihm zu folgen. Sein Beweis ist er schuldig geblieben. Naja. Und hat die anderen dann schön beleidigt. Also genau das Gegenteil von dem gemacht, was man tun sollte und was auch die Apostel, was der Herr Jesus Christus getan hat. Ja. Und naja. Das muss man definitiv sagen, denn Ibn Ishak, Seite 51, berichtet genau von diesem Umstand. Mohammeds Stammesgefährten haben dann mehrfach versucht, ihn dazu zu bewegen, mit den Beleidigungen aufzuhören. Sie warfen ihm dabei nicht die Verkündigung seiner Religion, sondern die Absonderung von seinem Volk und das verächtliche Reden über deren Völker vor und Götter vor. Ibn Ishak, Seite 52. Es wurde ihm also vorgeworfen, diese Menschen zu verunglimpfen. Jetzt wird es noch interessanter, denn als Mohammed genügend Anhänger gesammelt hat und geködert hat mit seiner ach so friedlichen Botschaft, wurden all diese Suren abrogiert und durch Suren ersetzt, die zu folgendem aufrufen. Koran Sure 9, 29 kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und die nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und die nicht der wahren Religion folgen von denen, die die Schrift erhalten haben, bis sie die Jizya entrichten und sich unterwerfen. Es geht also darum, sich zu unterwerfen. Es geht nicht darum, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, sondern einzig und allein Mohammed zu folgen und ihm blind zu gehorchen. Und wer das nicht tut, der steht im Grunde vor drei Möglichkeiten. Erstens, er wird doch noch Moslem. Zweitens, er bleibt bei seiner Aussage, kein Moslem zu sein. Dann darf er aber nur weiterleben in den Gebieten Mohammeds, wenn er dann die Jizya entrichtet. Die Jizya ist nichts anderes als Schutzgelderpressung, denn wenn man bezahlt, eine Steuer bezahlt, dann darf man leben. Wenn man beides jedoch aus gutem Grund ablehnt und sich dazu nicht zwingen lassen will, sein freies Leben also weiterleben will, dann wird man einen Kopf kürzer gemacht. Wie es in der Surah al-Tawbah ja auch heißt, tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet. In Sahih Muslim 19, 4, 3, 5, 9, da wird es dann auch nochmal gesagt und in Sahih al-Bukhari 4, 53, 388 sowie Koran-Sure 9, 12 und Sahih al-Bukhari 9, 84, 57, dass die Menschen, die sich nicht zum Islam bekennen wollen, ein Schutzgeld zu entrichten haben. Die Jizya, eine Steuer zum Leben. Und wer das nicht tut, der wird im Krieg niedergemetzelt. Mohammed hat mehrfach Angriffskriege befohlen, um genau das zu tun, nämlich um Menschen dazu zu bewegen, den Islam anzunehmen, ohne Argumente, mit reiner, brutaler, roher Gewalt. Das bedeutet, dass Mohammed den Glauben anderer beleidigte und diese sich daran störten. Ist ja klar, denn das würde jeder. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Kaaba und die Hatsch, also diese Pilgerreise und das Umkreisen dieses Würfels, genauso wie das Küssen des schwarzen Steines, der an der Kaaba angebracht ist, alles Dinge waren, die die polytheistischen, also sprich die Paganen, die heidnischen Araber, getan hatten, vor Mohammed. Und Mohammed war vorher auch so ein Götzendiener, zu deren Tötung er nun aufrief. Dann allerdings hat er ihnen all das geklaut und hat dann mit Gewalt diese ganzen Statuen, dieser Götter zerstört. Den Mondgott, den Mondgötze Hubal Allah, hat er dann in seine Religion übernommen und letzten Endes alles kopiert und mit jüdischem, christlichen und arabischem Traditionsgut verbunden. Das hat er also alles zusammengebastelt und die Menschen, die sich dagegen wehrten, ließ er einen Kopf kürzer machen. Das klingt überhaupt nicht wie die pluralistische Forderung einer pluralistischen Gesellschaft, Toleranz gegenüber jedem auszuüben. Letzten Endes haben wir die Argumente in der Hand. Wir haben die Argumente dafür in der Hand, dass Jesus Christus die Wahrheit und der lebendige Gott ist und dass das Evangelium die Botschaft an die Menschen ist, die Gott uns gibt. Und zwar die Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott reicht uns in Jesus Christus seine Hand. Genauso sollten wir es auch tun. So respektvoll wie Jesus Christus uns die Hand reicht, nachdem er für unsere Übertretungen gestorben ist, so sollten wir es mit der Gesellschaft auch tun. Auch wenn wir beleidigt werden und auch wenn es oftmals schwierig ist, sachlich zu bleiben und ich weiß, wovon ich spreche, denn auch ich bin, weiß Gott nicht immer sachlich, muss definitiv sagen, wenn wir die Menschen da abholen, wo sie stehen und wenn wir die Menschen die Hand reichen, genauso, ja und wenn wir zu den Menschen nicht sagen, ja du bist sowieso blöd und du bist sowieso dumm, weil du ein Moslem, ein Atheist oder sonst etwas bist, natürlich sind viele Menschen engstirnig. Das ist vollkommen klar. Und solche Menschen werden auch wir nicht erreichen können oder nur schwer erreichen können. Doch Fakt ist, dass wir versuchen müssen, es immer wieder zu probieren, den Menschen das Evangelium zu bringen. Wenn wir die Botschaft also sachlich mit rationalen Argumenten verteidigen und Menschen dort abholen, wo sie stehen, haben wir gute Chancen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Genauso wie es der Apostel Paulus schon tat, genauso wie Jesus Christus mit seinen Mitmenschen verfahren ist, in der Liebe Gottes zu allen Menschen, weil Gott, weil für Gott jeder Mensch zählt. Amen.